Hey Leute und herzlich willkommen zu unserem ersten Video. Ich und Lian haben hier einen Song für euch vorbereitet. Bevor wir ihn vorsingen, aktiviert bitte mal die Glocke und liked. Der Song heißt Qualle und die Verfolgungsjagd. Quallen sind schnell, Quallen sind schnell. Sie schwimmen friedlich durch das Meer. Danach kommt eine Schildkröte hinterher. Zum Glück kommt die Schildkröte nicht hinterher. Oh, was ist das? Das ist die Schildkröte-Gang. Yeah! Sie kommt immer näher und die Qualle rastet aus. Sie trickst die Schildkröten-Gang aus. Danach ist sie weg wie eine Maus. Das war's, unser Lied-Video. Ich weiß, ich kann nicht so gut singen. Und dann tschau! Tschüss!